Heute wieder hier bei GlobalSkills, diesmal 2018. 2017 war schon richtig geil, aber heute geht richtig der Bär ab. Mein Name ist Meech. Mein Name ist Junior Almeida. Mein Name ist David Kola. Mein Name ist Rabah. Hitmaster Fish Williams. Ich bin ein Dancer, das Pops, das macht Hip-Hop und viele andere Stylen. Ich bin Hip-Hop Dancer, ich mache House Dance, ich mache Tap, ich mache African Dance. Ich bin B-Boy. Ich bin House, House Dance. Es sind ja immer tolle internationale Judges bei GlobalSkills und mich interessiert heute einfach mal, was sie überhaupt so judgen, wie die Leute tanzen sehen und was sie machen. Was ist denn das? Ich bin ein paar Leute. Wer ist das? Was ist das? Ich mache das, was ich mache. Ein Dancer sollte mit, in, auf die Musik spielen. Show me the connection with the music, because for me it's really the first step you get when you have to dance. I judge what is called house dance, so I try to look for some people who are honest. What it means is that they love the music and they love the culture, so they're really focused to understand what's happening inside. I'm looking for a nice clean hit, and you're enjoying the music and understanding the actual dance style. And I just want to see you hit and dance and have a good time, basically. When you dance, you have many possibilities to talk about your imagination and your inspiration. So, I love that world, because you can express this from your head to your movement. We have to be like personal, like something you really feel inside and you do with your move. Maybe your body hurts, maybe you don't feel like doing anything. Maybe your music starts, you start a dance, and that's everything's fine. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.